Bennys Freundesmarathon geht weiter hier bei One Piece Pirate Warriors 2. Im letzten Part haben wir Mr. 3 bekommen. Als nächstes wäre Mr. 2 gewesen, wäre das empfohlene Level nicht 40, von daher überspringen wir den mal und gehen zum Lock von Bruno. Warum zur Hölle will ich einen Bruno haben? Kapier ich nicht. Den will ich gar nicht. Empfohlen wird... Bru-ke-nice. Nämlich. Ich glaube, den haben wir ja letztes Mal gehabt, oder? Dann spare ich wenigstens Geld. Ach, Bruno. Ohne Quatsch, den mag ich am wenigsten. Also der ist echt einfach nur Kacke von der CP9. Der ist einfach nur Kacke. Also mit dem will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Alle anderen CP9-Mitglieder sind cooler. Missionsziel. Besiege Bruno. Erste Anweisung. Besiege alle feindlichen Streitmächte. Na toll. Das bedeutet, Ohren nicht auf die Kacke hauen. Genau. Level 36 ist Maximum. Dann spare ich wenigstens etwas Geld. Und Zeit, weil wir haben ja jetzt alles drin, außer das da. Da möchte ich reintun. Körper des Anführers. So. Als Freund. Wir wollen einen neuen Freund. Don Creek ist Kacke. Als Freund nehmen wir... Lapin. Schauen wir mal, was der Lapin so drauf hat. Alles klar. Können direkt loslegen. Mal schauen, wie viele Logs ich in diesem Part schaffe. Und los geht's. Okay. Juppa. Schalte alle Feinde aus. Okay. Kriegen wir hin. Los geht's. Uiuhu. Ich sehe schon. Oh, verdammt. Luki ist schon da. Das war jetzt aber nicht geplant, dass der auftaucht. Wie werde ich dich los? Wie werde ich dich los, mein Freund? Okay. Jetzt wird's böse. Jetzt kommt der Megakampf. Komm her. Nein. Haut ab. Komm, bleib hier. Warum verbraucht der denn überhaupt keinen Style? Und jetzt haben wir ihn besiegt. Oh, yeah. Ah, ah. Oh, ne Münze. Will ich haben. Bösewichte. Will ich nicht haben. So. Da haben wir noch einen bösen Kommandanten. Den kann ich nicht akzeptieren. So, gelähmt. Jetzt kriegen wir den besiegt. Und Schiss. Oh, je. Jede Menge Puzzis. So, was bedeutet alle Streitkräfte besiegen? 1000 oder wirklich hier alles wegputzen? Das ist ja manchmal so, manchmal so. Oh, mein Daumen hat irgendwie einen Krampf. Mein Daumen hat einen Krampf. Ich kann eigentlich gar nicht die Tasten drücken. Oh. Das tut so weh. Was hab ich denn gemacht? Was hab ich denn gemacht? Okay, ich hab auf der Arbeit ziemlich viel geschreiten müssen. Vielleicht deswegen. Ja, erreiche 1000 Chaos. Das ist das. Das könnte ganz gut sein, dass ich vom ganzen Schreiben jetzt so einen Krampf im Arm hab. Oh. Zusätzliche Herausforderungen hier für den Next Player. Au. So, ich mach jetzt hier mal ein bisschen mehr Platz. Ich will ein paar Basen erobern. Ich find nämlich, wir haben viel zu wenig. Oh. Komm, geh mal, geh mal weg hier. Oh. Los, versammelt euch mal um mich. Ihr sollt euch mal um mich versammeln. Die greifen überhaupt nicht an. Was sind das für Pussys? Also, wenn ihr nichts tut, dann werdet ihr sterben. Das ist auch euch hoffentlich bewusst. Ne? Boah. Also, was die für Sprünge hinlegen können, das ist ja unglaublich. Guckt euch die mal an. Hier passiert gar nichts. Okay. Komm, machen wir Style. Dann sterben die wenigstens schneller. Also, hier passiert ja gar nichts. Was sind das, was ist das für eine Basis? Die stehen da alle nur rum. Die machen echt gar nichts. Da lohnt es sich überhaupt nichts, irgendetwas zu machen. Mein Gott, hier lohnt sich echt gar nichts. Die greifen überhaupt nicht an. So. Die sind weg. Und ich komme nur langsam vorwärts hier. Also, kommt schon. Was macht ihr da? Die stehen da alle rum. Die stehen alle rum. Bohren wahrscheinlich in der Nase rum, tanzen ein bisschen und sterben. Aber so richtig sinnvolles tun sie nicht. So. Geht mal alle weg hier. Und. Ja. Hoffentlich kommt gleich der Anführer. Der kommt auch gleich. Ich sterbe. Klare Ansage von Chopper. Oh Gott. So, da ist der Anführer. Okay, dann können wir uns mal schnell hinweg. So. Komm. Geht mal weg hier. Ich will zu eurem Anführer. Nein. Dein Style ist mir sowas von kackegal. Tanz jetzt erstmal für mich. Oder auch nicht. Dann lässt du es halt. Und. Das Territorium gehört mir. So. Jetzt helfen wir mal Chopper. Hier ist ja echt nur tote Hose. Hier ist absolut tote Hose. Ihr seid sowas von langweilig hier. Das will Jabura. Aha. Der ist da unten. Okay. Hm. Ich soll den ausschalten, aber erstmal muss ich Chopper suchen. Der müsste hier irgendwo sein. Hm. Ich sehe ihn aber nicht. Danke fürs Geld. Da hinten könnte er sein. Jetzt hat das Spiel kurz geleckt. Ja. Da ist er. Der ist ja echt kurz vorm Sterben. Wow. Ich helfe dir mal Chopper. Also dir helfe ich mal kurz. Also dir muss ich mal echt helfen. Ansonsten geht es mir noch drauf. Okay. Jetzt setze ich noch meinen Style ein. So. Okay. Der ist weg. So. Und jetzt kümmern wir uns mal um die alle. So. 500 Chaos haben wir schon. So. Und jetzt müssen die alle weg sein. Und Chopper dürfte dann auch in Sicherheit sein. sehr gut. Sehr gut. Style kriege ich wieder komplett. Ja, kommt Leute. Lass mich doch mal in Ruhe. Lass. Sag mal. Ihr sollt mich hier in Ruhe lassen. Hm. Immer. Immer diese Leute, die meinen, einen anzugreifen. So. Basenkommandant erledigt. Dann dürfen wir hier ein bisschen mehr Verstärkung kriegen. Jetzt schnappe ich mir Jabura. Düp, düp, düp. Der ist immer noch unten rechts. Von wegen, der greift an. Nein, Leute. Ich habe keine Lust auf euch. Ich muss jemand anderes kaputt machen. So. SP voll. Düp, 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 düp. Ich frage mich, wie man überhaupt so laufen kann. Wie bewegt man sich so vorwärts? So. Und los geht's. Dann komm mal her. Dich kriege ich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist gelähmt. Er ist gelähmt. Er kriegt Schmerzen. Ist kurz vorm Sterben. Ist tot. So. Und dann kümmere ich mich noch um euch Pappenasen. So. Was für Pappenasen hier doch sind. Und dann kann ich mal die Situation direkt ausnutzen, um das Gebiet zu erobern. Upsala. Und dann fliegen sie alle weg. Wow, wow. Leute. Jetzt lasst mich mal hier in Ruhe. Und tschüss. Und dann sind die auch gleich weg. So. Da sind sie. Levelaufstieg. Find ich gut. Und der Anführer will jetzt was auf die Nase. Nix da. Das war's. Und tschüss. Okay. Nix mehr da. Nix mehr da. Okay. Find ich super. Hier muss ich aber immer noch Feinde finden. Ecki ist hier. Hallöchen. Dann machen wir mal Kratzgesang. Blizzard Schlitzer. Oh. Er ist besiegt. Oh. Oh. Oh verdammt. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Sorry. Hätte nicht ahnen können, dass du so schwach bist. Pussy. Von meinem kleinen Blizzard Schlitzer hier kaputt machen lassen. Okay. Dann schnappen wir hier mal die restlichen Chaos. Ich hab schon mehr Zeit hier verbracht, als ich eigentlich wollte. Von jetzt verschwindet. Ich schlag jetzt einfach mal hier durch. Leute fliegen durch die Gegend. Mein Gott ey. Das dauert hier viel zu lange. Viel zu viel Zeit brauche ich hier. So. Einfach mal ordentlich. Kaputt machen. So. Der Anführer ist erschienen. Noch 100 Chaos. Und jetzt schlage ich einfach mal so zu. Das dürfte eigentlich das ganze Problem erledigen. Territorium eingenommen. Bin ich gut. Ich hab's geholfen. Ich hab's geholfen. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Dipp, dipp, dipp. Oh. Angriffsbonus. Brauche ich jetzt aber nicht. Brauche ich etwas um SP aufzufüllen. Danke. Danke, danke. So. Wo haben wir noch feindliche Streitkräfte? Unten sind sie. Die sind da unten. Dann bewegen wir uns mal hin. Dipp, 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 dipp. Dipp, dipp, dipp. Dipp, dipp. Wie geht's euch, Leute? Dipp, dipp, dipp. So, hier soll die große Schlacht sein. Oh, 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 oh. Ich hab sie alle für Freunde gehalten. Nee, nee, nee. Das sind keine Freunde. Die tanzen zwar, aber die sind böse. Wow. Hier sind aber ganz schön viele. Frankie steht kurz vor dem Rückzug. Äh, interessiert mich das? Nein, eigentlich nicht. Wenn er sich selbst ins Verderben bringt, die Verbündete bringen sich einfach zu sehr selbst ins Verderben. Ich will gar nicht erst wissen, was sie eigentlich die ganze Zeit machen, während ich hier alles niedermetze. So. 1000 Chaos. So. Jetzt werden abgeschlossen. Dann bewege ich mich schon mal Richtung Bruno. Jumba, 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 Jumba. So, die Tore sind offen. Okay, dann erledigen wir ihn mal schnell. Schalte Bruno aus. Ja, die Leute hier, die feuern mich schon an. Na, mal schauen, wie lange das dauern wird. Ein paar Sekündchen hoffe ich. Den werden wir fertig machen. Wie die Leute mich ja durchlassen. So, Franky. Hier helfe ich kurz. So. Hoppa, hoppa, hoppa. Marinekommandant. Äh. Drehen, drehen, drehen. Hallo, Bruno. Was zum... Alter Marinekommandant hier. Nein, nein, bleib jetzt hier. Nein. Oh, ich kriege ja gar nichts hin. Ich kriege momentan gar nichts hin. Ich kriege ihn ja gar nicht getroffen. So. Also jetzt... Oh, Bruno ist mittendrin gelandet. Das ist natürlich praktisch. Das könntest du ja entscheiden. Und das hat's auch entschieden. Tja. So macht man das halt. Zufällig den Gegner vor den Füßen landen haben. Naja. Das gibt den A ran. Oh, mein Gott. Ich kriege jetzt mal solche Augen, wenn ich das sehe. Ja, halt die Klappe, Bruno. Du kommst auch in den Kerker. In Bennys Dungeon. Wo nutzlose und unbeliebte Charaktere reinkommen. So. Lapin ist Level 3. Überlass die Angreifer mir. Lapin Silber. Und Synergie. Wow. Es gibt ordentlich Münzen. Das finde ich schick. Das finde ich super schick. Und ordentlich Geld haben wir jetzt auch. Na gut. Der Part ist an sich schon zu Ende. Ich habe nicht sehr viel geschafft. Aber das ist halt doof, wenn man 1000 K.O.s sammeln muss. Das geht bei anderen Bedingungen schneller. Okay. Dann beende ich den Part. Und hoffentlich werden wir dann noch schneller vorankommen. Mit den anderen Logs hier. Bis dann. Das finance. Wir haben ja jetzt. Ich bin Him. Wir haben ja jetzt. Ja, wir werden drove können.